...Richtung Rex zu zielen und Rex geht dann noch vor, wenn Exist ins Richtung Connector angehalten hat. Sehr schön, wenn Rex hier noch die Info vom Türspieler bekommt, das wusste er aber eigentlich schon vorher aus der Richtung, wurde auf ihn geschossen. Und das sieht sehr gut aus, was Bic hier gerade gemacht hat. 4 gegen 2, 28 Sekunden, die Bombe ist down. Da fliegt nochmal eine Smoke auf den Spot, aber eigentlich müssten sie jetzt versuchen mit einer Flash da noch durchzukommen. Und dann, ah, wir tapsen die Flash noch ausnutzen und die hat für Devil eben nicht gepasst. Gob kommt nochmal über kurz, jetzt nicht wegwerfen, Freunde. Einfach ruhig bleiben, auch das war kein One-on-One-Duell, da war Keith nämlich noch im Rückraum, Toinu mit der Awe einen No-Scope gesetzt. Er kommt dann nochmal raus und den No-Scope macht er auch noch, aber die Runde geht an Bic und Legia holt ihn nach der Zeit, das heißt kein Geld für Toinu, aber wieder ist die Runde...